Der Boom Boom der Firma Binauric ist Lautsprecher, Aufnahmegerät und Klangerlebnis in einem. Er fällt durch seine außergewöhnliche und gleichzeitig harmonische Form auf. Der französische Designer Mathieu Le Haneur hat ihn kreiert und seine Vision von Magie und Funktionalität verwirklicht. Ein Kunstwerk ist entstanden, das die Leidenschaft für Audio entfacht und zum Begleiter des Menschen wird. Zu Beginn wird die Boom Boom Speaker App auf dem Smartphone oder Tablet installiert. Sobald der Lautsprecher per Bluetooth verbunden ist, steht dem Genuss nichts mehr im Wege. Musik oder Hörbücher vom Smartphone oder PC, der kabellose Boom Boom gibt alle Audiodateien im besten Klang wieder. Ein kleines Gerät mit riesigem Sound. Mit zwei Boom Booms entsteht sogar ein schönes Stereo-Soundsystem. Neben der Lautsprecherfunktion macht der Boom Boom auch Audioaufnahmen mit Raffinessen. Im Lautsprecher befinden sich vier Mikrofone, die für eine spezielle Akustik sorgen. Über die App startet die Aufnahme kinderleicht. Zuerst macht man ein Foto. Dann haucht man im Leben ein, in dem das Geräusch oder die Musik aufgenommen wird. Der Boom Boom speichert alles, was er aufnimmt, naturgetreu ab. Dieses ultimative 3D-Erlebnis kann man dann mit anderen teilen und es lässt sich jederzeit über Kopfhörer abrufen. Auch mal als kleine Auszeit vom stressigen Alltag. Der Lautsprecher ist auch ein praktischer Helfer in der Kommunikation. Bei einem Telefonat muss man nicht mehr das Smartphone ans Ohr halten oder eine eher schlechtere Klangqualität über den internen Lautsprecher hinnehmen. Der Boom Boom gibt die Stimme des Gesprächspartners laut und deutlich ohne Nebengeräusche oder Verzerrungen wieder. Ideal auch für Konferenzen. Ebenso bei FaceTime, Hangouts und Skype wird die Unterhaltung nicht mehr durch unangenehmes Knistern gestört. Einfach das mitgelieferte Kabel mit dem Smartphone verbinden. Die Boom Boom Speaker App hat mehrere Features. So kann man wählen, in welcher Sprache der Boom Boom spricht, wenn er Hinweise zur Bedienung gibt und den Nutzer begrüßt bzw. verabschiedet. Es stehen auch unterschiedliche Stimmen zur Auswahl. Der Boom Boom lässt sich durch sein leichtes Gewicht von 350 Gramm problemlos überall mit hinnehmen. Und mit seiner Größe von 12,5 Zentimetern ist er auch ein handlicher Begleiter. Einmal aufgeladen hält der Akku 15 Stunden lang. Bevor er leer ist, meldet sich der Boom Boom bei seinem Besitzer. Please put me on charge now. My battery is getting pretty low. Der Boom Boom vereint viele Funktionen und ist Klang- und Leistungsschark. Dazu ist er noch ein echter Hingucker. Er unterscheidet sich von anderen, da er über die App ständig neue Features erhält. Die Firma Binaurig arbeitet mit Soundkünstlern, Designschulen und Nutzern zusammen, um herauszufinden, was in der Zukunft angesagt ist. Dadurch ist der Boom Boom nicht einfach nur ein Gerät, sondern ein persönlicher Begleiter. Dadurch ist der Boom Boom nicht einfach nur ein Gerät, sondern ein Gerät, sondern ein Gerät.